Was machst du da? Was soll das? So was treibt Problem? Der Müll treibt über die Flüße ins Meer. Nach dem Meer sammelt sich das Plastik in gigantischen Strudeln. Der größte Plastikstrudel ist so groß wie Europa. Meeresspiele fressen das Plastik. Ihr Magen wird verstopft, sie können nichts mehr essen und verhungern. Wirft kein Plastik in den Fluss, sondern in den Gämsack. Okay. 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 Okay.